Ja hallo Mello! Willkommen bei FIFA 19 Karrieremodus mit Galatasaray. Ja sooo... Geilala! Geilala! Im Finale! Im Finale! Heute heißt es Juventus Turin gegen Paris Saint Germain. Gegen Paris Saint Germain! He was aniner it takes eight weeks to record. Ja hallo! Cristiano Ronaldo Und hier sehen wir die startaufstellung von juventus turin für heute sie spiel ist heute im 451 das ist richtig ein das ist klar genau von hier muss dann die mussten sie machen schau dir die külisse an so soll es doch sein oder fußball atmosphäre pur absolut das macht spaß jetzt ist ein wahnsinn diese stimmung jetzt selber selber name a tiago silva marquinhos verrati im bambi da dürfte viel über die ausgabe die maria aus der sien diara radio drexler verrati mini marquez buffon es geht los finale man das kann ich für ausstellen hier ausblenden barbär besser reinkommt in dieses endspiel beide mussten batteri costa diballa balfelüste b b d d d d d d d d d Verratti! Verratti! Nichts, Schiri! Freistoß! Neymar! Neymar! Gefährlich konnte die Ballen! Die Ballen! Die Dürren! Die Dürren! Und ein Bombenpass auf Costa! Einwurf für Juventus! Costa! Quadrado! Gelmio! Den Ball holt er sich! Da wäre Platz für den Konter! Neymar auf dem Flügel! Neymar! Neymar! Pjanic! Edinson Cavani! Edinson Cavani! Scherzli! Costa! Costa! Costa Gideon! Di Bala! Cristiano Ronaldo! Cristiano! Schön gemacht! Jetzt die Flanke! Oh! Da machen sie nichts aus dieser Chance! Der Trainer ärgert sich! Der Trainer ist sauer! Albinimo! Albinimo! Ja! Ja! Ohne große Mühe! Den Ball abgefangen! Juventus! Ball, Ferru! Ball, Ferru! Mini! Mini! Ferrati! 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 Mamma mia! Was ist ein Pessi! Sie lassen den Ball laufen! Aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr! Klasse! Bonucci! Ronaldo, Ronaldo, Turbo, Cristiano, Cristiano, oh mein Gott, Uffon, Ibala, auf Chiellini, Uffon, Ibala, Vida, Sandro, Ronaldo, Goal, Uffon, 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 Ibala, Digo, Rho, Warte, muss man eine Kameraeinstellung machen hier, nein, 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 war so, Juventus, 1-0, la Juventus, Goal, Cristiano Ronaldo, Klasse, Quadrado, Quadrado, Fabio, Ferrati, 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 Uff, Costa, 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 Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Klasse, Aktion, Ball ist weg, er ist einfach nur eine Maschine, Cavani, Cavani, Mbappé, Mbappé, Draxler, Draxler, und jetzt gehen sie über die Flügel, Oh, gefährlich, Gefahren erst mal bereinigt, nach dieser Reingabe, Ronaldo, Klasse, zurückgesetzt, Mbappé, gute Aktion, Ronaldo, Quadrado, Cristiano Ronaldo, Superball, Quadrado, Quadrado, Uffon, Uffon, Fängt diesen Ball ab, Unrucci, Oh, Neymar, 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 Erstmal das Spiel Ende machen, ja? Hallo, willkommen in Main Street, Boah, Klasse Einsatz, aber kommt, Mbappé, Oh, Super Chance, Was für eine Szene. Mbappé, Klasse Kopfballier wieder, Und jetzt tut das Costa, Costa, Ronaldo, Guter Einsatz von Tiano Silva. Mbappé, 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 Fehlpass, Pjanic, Fehlpass, Oh, Gefehlisch, Mbappé, 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 Klasse, Kedira, Foul, Foul, Edison Cavani, Edison Cavani, Edison Cavani, Costa, 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 Klasse, Kodrodo, 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 Oh mein Gott, Bernadeschi Bernadeschi Marquinhos Marquinhos Verratti 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 Keine Foul Schiriman Félix Imbampe Quadrado Quadrado Draxler Imbampe Verratti Imbampe Abgefiffen Abgefiffen Abseits Czesli Alexandro Rackmann 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 Abgefiffen Rackmann Was Het Ur bl Rackmann Und jetzt noch mal spielen. Nein, nein, nein. Abseits Schiedsrichter ganz klar hier. Kommt. Es ist halt Zeit vorbei gleich. Schöner Seitenwechsel. Aber der kommt an. Und nochmal der Pass auf Cristiano. 1-0 Juventus gegen Paris Saint-Germain. In der UEFA Champions League. Paris muss was tun. Paris muss was tun, ja. Jetzt Neymar am Ball. Neymar, Neymar. Gute Körper eingesetzt. Er passt ihn auf den Fügel. Klasse Ball auf Preserve. Einwürfe. Eine Einwürftäuschung. Quadrado. Die Balla. Die Balla. Oh, Cavani. Hey, Schiri. Das ist doch kein Foul, Mann. Gefällige Position da. Neymar. Hey, das war Pech. Super Freistoß. Zentimeter fehlt. Ganz knapp da, Junge. Quadrado. Quadrado läuft hinterher auf Cusava. Wie denkst du bis dann über Cristiano Ronaldo? Ganz richtig. Ja, normal. Ronaldo Bombe, Junge. Keine Frage. Nein, nein. Und das 1-1. Da kommt er rein und macht Brunsch. Alles richtig gemacht. Mit diesem Wechsel. Oh, Silo. Jetzt sind sie zurück im Spiel. Alles wieder zurück auf Anfang. Ja. Scheiße, Alter. Die Balla. Die Balla. Jetzt Khedira. Khedira. Noch mal. Oh, oh, oh. Juventus mit dem Einwurf. Der Ball ist weg. Ronaldo kommt der Ball nicht. Jetzt noch mal Paris. Mbappé, Mbappé. Mbappé, Mbappé. Gefährlich. Klasse abgefangen die Flanke. Da musste der Torwart abkommen. Schärfst. Schärfst. Klasse Ball, Eubot. Aber nicht der Einstieg. Lauf, lauf. Weg ist der Ball. Mann, was macht ihr denn da? Klasse Ball. Auf Quadrato. 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 Tschüss. Komm mal hier mal raus, Alter. Komm, Bernadeschi, Alter. Gefährlich. Auf Neymar. Gut geklärt, aber Einwurf. Sehr schön geklärt da, hier. Von La 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 Juventus, eh. Giovane Nocelso. Couselso. Neymar. Gefährlich. Klasse Aktion, Ball ist weg. Marco Ferrati. Verratti. Edison Cavani. Edison Cavani. Marco Ferrati. Ball weg, Klasse. Ronaldo, eh. Gelirme. Gelmio. Cavani. 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 Neymar. Er schießt noch. Neymar. Schade, aber super eingesetzt in der Serie. Neymar. Ah, hopp. Joao Cancelo. Bernadeschi. Joao Cancelo. Klasse Ball. Nochmal spielen, oh, Diwala, ja. Marquinhos am Ball. Und jetzt Ferrati. Und jetzt Ferrati. Ferrati immer noch am Ball auf Mbampe. Ferrati. Oh, Cavani. Oh, Cavani. Oh, Cavani. Wir müssen konsentriert bleiben. Da könnte gleich der nächste Angriff kommen. Nein. Und die Situation geklärt. Und Ferrati. Oh, Ferrati, Klasse Ball auf Neymar. Das ist jetzt seine Chance. Neymar. Neymar. Schuss für Neymar. Kein Problem, Juventus ab Resta. Iwala. Jetzt Ronaldo am Ball. Christian Ronaldo. Benadeschi. 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 Er ist noch neu im Spiel. Benadeschi. Gart mal wieder. Pjanic. Pjanic. Diara. Giovane Lo Celso. Lo Celso. Kurzer Blick auf Uhr. Spiel. Nein. Jetzt Thiago Silva. Oh, was für ein Ball, Alter. Thiago Silva. Und jetzt Thiago Silva. Auf dem Füge PSG. Und jetzt Minier. Minier, 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 Minier. Oh, Elton. Neymar. Joao Cancelo. Joao Cancelo. Klasse Ball. Benadeschi. Schönes Zuspiel. Ibala. 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 Oh. Oh. Joao Cancelo. No. Pjanic. Nein. Ronaldo. 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 Goal. Cristiano Ronaldo. Er trifft zum zweitmal in dieser Partie. Jube, Jube. Nachilli kommt rein. Der Blick auf die Uhr. Neun Minuten bis zum Meter. Fikirira. Christopher Nkunku. Christopher Nkunku. Juventus führt wieder. Neymar. Cavani jetzt. Cavani jetzt. Cavani. 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 Etterlich. A Tudi. Den Ball geholt. Jetzt Neymar. Jetzt Neymar. Cavani. Bampé. Keine Penalti. Keine Penalti. Nein. Schüttür. jetzt kommt der neuer spieler schauen wir mal wie er sich einfühlt im region kommt vielleicht der ausgleich und direkt der konnte die ball Neymar Nein Neymar 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 Klasse, Emre, Gianluvo, Dybala Dybala Oh, in alto Neymar Neymar Dyara Cancelo Klasse ball, Ronaldo Ronaldo, Kovtich Interes finale Juventus Ertkommen Für Juventus Alte Damen So jung war alt selbst Ja, tolle Auftritte Und das nicht nur heute Deshalb spreche ich von Auftritten In diesem Finale Die gesamte Saison Mit, ja, dem besten Fußball Und Mit der Erfahrung Eines Top Teams Seit Jahren Kampione Kampione Ja, das bei Diesen, du hast es angesprochen Gestandenen Juve-Profis Wie sagt man da immer mit allem Wasser gewaschen Aber jetzt Wie die Kinder Ja, also Das ist jetzt so ein junger Gewässer, ne? Keiner vorbeigekommen Überragende Mannschaft Das Top Team In dieser Saison Sie sind Auf dem Thron Des Europäischen Schweiz Angekommen Auf dem 2 Alka Dose Und im 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, guck mal, was ein Katalog ist, wa? Oh, man muss ja von A bis Z holen, alter. Oh, man muss ja von A bis Z holen. Oh, man muss ja von A bis Z holen, alter. Kofi, 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 Kofi. Oh, man muss ja von A bis Z holen, alter. Oh, man muss ja von A bis Z holen. Oh, man muss ja von A bis Z holen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind schon geile Bälle, Alter. Das ist die von Neymar. Ich will mir lieber die geholt, was. Das ist die von Neymar. Das ist die von Neymar. Es ist kein Lumsort, das ist ja nur da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist quasi der neue Galatasaray-Boss auf der Prüfstand Juventus Turin, ich werde trennen um Leonardo Bonucci Willi? Selam aleikum Willi? 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 Trainer Trainer Karriere Trainer 1 Ja, warte, dann ist es ok Äh, Saison Was ist das Saison? Turniereinladung Soll ich das annehmen oder nicht? Karatasaray zu einem Vorbereitungsturnier Achso, das kann man auch annehmen oder? Wer mag ich denn hier? Levante, Köln, Aiba, Nizza, Augsburg, Leipzig, Wolfsburg Äh, ich will wohl die meiste Kohle ist, ne? Hier Ey, bei FIFA, ne? Gibt's Legende und noch krasser gibt's jetzt mehr Also erstmal gibt's ja, äh, Amfänger, Amateur, Halbprofi und Dings, ne? Ja Und ähm, jetzt gibt's, also Legende war ja immer das krasseste Jetzt gibt's noch einen krasseren Und irgendwas Irgendwas Und Hastig der Rheindonke ist, Joller Hau ab 3,2 Millionen Schee, Güngö Hastig der Joller, Ablehn Angebot Ablehnen Hau ab, Joller Hau ab, Joller Ulti Ultimativ Oder so heißt das Doch, Legende gibt's auch Äh, warte mal, ich guck nochmal Junge Äh, hast du diese ganze Kommentatorin runtergeladen? Die musst du runterladen Also die haben das jetzt so wie ein Paket gemacht, ne? Wie bei SS mit dieser Audio-Varia-Sprache und so Hä? Und 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 ULTIMATIVE GURDA Dann RONALDO SUU JOK WURDA MERT Neymar Schuwar, die gelben. Da komm ich gleich CR7 oder so, Mann. Ich hab alle Katalog gekauft, du? Ultimativ, da wirst du mich schon nicht klarkommen. Wir spielen erst mal Profi, Alter. Wenn gut läuft, gehen wir auf Weltklasse. Wenn gut läuft, Legende. Erst mal Profi. Luis einladen oder was? Schede, Entschuldigung, auch online. Auch einladen. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so, Luis Gerrme. Wie soll ich hier messen? Ich meine, Luis auch eins. Boah, Junge, wie geil das gemacht, das Land. Guck mal, ich steh mich jetzt in die Gruppe-Phase. Boah. Boah. Geil, Moruk. Galatasaray. Galatasaray ist mit FC Porto-Lokomotiven. Ach so, Schalke, ach das ist wie echt. Halt Bayern auf den Sack bekommen, wa? Haha. Kleine Lucis, Junge. Und Luis Hertha-Fan, Alter. Geil, Junge. Guck mal, Galatasaray hat drei Trikots, Moruk. Ich hab ja Ömerabe gesagt, ne? Der soll mir die weißen Trikots holen. Die so in der Mitte so'n Riss haben. Mal gucken. Der will mir das holen, aber ich weiß nicht wann. Dieses, in der Mitte so'n Strich, ne? Das soll ja heißen, diese Istanbul-Brücke. Oh, erste Schwiege in Christoph Palace, Junge. Schauen wir mal hier. Eren Derdiok, Akbaba. Akbaba verletzt, Alter. Scheiße, Mann. Akbaba, wie gesagt, Atlante. Lang, wir haben Dings auseinandergenommen heute, Erzurum Spora. Aber wir haben nur 1-0 gewonnen. Nicht Schöp. Wir haben die Chancen nicht reingemacht. Serdal Asizmaikon. Ja, heute Nagatomo. Oder sollen wir Bayram spielen lassen? Wir haben auch stark. Aber wir haben erst einmal Nagatomo. Rodriguez. Oh, und Jeko, Junge. Wie viele Punkte der hat, Alter. Gümüş. Gümüş spielt, Junge. Figur ich Schöp, Alter. Ryan Dong. Entweder Akbaba, Berlhan der Bank. Wir spielen erst einmal so ums Lehrer. Badu Ndiaye. Auch mal erst einmal Bank. So spielen wir mal. So, wir machen Taktik. Druck nach... ...Failen. Passiv nach Ballverlust. Ständiger Druck. Ständiger Druck. Ständiger Druck. Zufällig fallen lassen. Ausgleich. Druck nach Fallen. Wir machen Ständiger Druck. Wir machen Ständiger Druck, Junge. Defensiv. Druck. Gucken wir mal, wie das so läuft. Erstes Spiel, Alter. Boah, Junge. Was ist das für ein Spiel, Morug. Pfff. Junge, morgens so geile Spiele, ne? Um Sancho 45. Real Madrid Atletico. Um 18.50. Juventus gegen Napoli, ne? Ja? Champions League, meinst du? Achso, ich hab das Spiel verstanden, Mann. Ich besiegt viel hier mit. Erstmal spielen wir mal auf Deutsch. Danach machen wir mal die anderen Kommentare. Sie werden gleich zeigen wollen, dass sie schon in guter Verfassung sind. Dass sie gut drin sind in der... Du, nur hast was für ne Grafik, Alter. Tasterei gegen Crystal Palace. Ausblenden. Gegen Crystal Palace. Geil, Alter. Morug. Celes Servari Türk Telekom. Study Upside, ja. Aber das sieht genauso aus, wie die das gemacht haben. Da haben wir die Startaufstellung von Crystal Palace. Heißt nur anders. Ich werd das... Weißt du, was ich machen werde, Merck wieder? Merck. Genau, alles umbenennen, Junge. Das dauert eh nicht lange. Besetzt. Keine Frage. Insofern freuen wir uns drauf, oder? Unbedingt. Da sieht man dann auch den Stellenwert. Schön, dass wir vor der Saison schon so tolle Spiele sehen. Weil guck mal, wenn ich... Ich spiel ja jetzt Karriere, ne? Dann steht er dann auch, wo er vor der Arena. Oh! Oh! Und Pass! Gümüş! Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Klar, dann steht da Gümüş. Oder von Arena, oder nicht. Aus dem Angriff haben wir uns, wo wir uns nicht anfangen sind. Ja. Aus dem Angriff haben wir ja jetzt angefangen. er hat den Ball. ganz einfach an den Ball gekommen. wach Luis girmio, nie uiwomaan manahoy. Bombe Pass jonge. Gary, Gary, Gary gidio. Schiri. Absstoß. Absstoß werde bre. Kacelo. Kwarech meide alacam. Rodriguez. Ortası. Gümüş. Vuramıyor. Küçüş bre. Ne biçim pas verdi anasını. Kacelo. Ryan Dong. Ortası. Autos. Kacelo. Şu Luis'i biraz sitem edelim. Eş. 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 es sah so aus als kämen sie durch, aber jetzt ist der ball weg weiter geht es mit einem einwurf Townsend jetzt könnte er flanken ja was hat der Idiot wieder äh ja der hat scheiß im Insystem fängt diesen Ball ab so schwächter nein Muslera sauber 0-0 hohohoho so jetzt ist erstmal lern du gött werden Luis Niegier mio ja hallo Diek hallo zusammen willkommen in meinen schönen Stream hallo 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 ja hallo 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 limp hoppla husk hallo 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 das hallo die das das der die Aschutop, ein bisschen Top-Cherme, ganz ruhig, tamam, tamam, Mariano, super Pass, Sinan Gümüş, Sinan Gümüş, Kornel, 70. Minute, komm jetzt, vor Alter, Fernando, Fernando, ey, ey, nein, ey, Schiri, ey, Emre Akbar war schon gelb-rote Karte, Alter, der hat nur eine Aktion gemacht, da, direkt gelb-rot, der hat ja auch, aber, Junge, der hat doch den nur ein bisschen geschubst, Alter, er gibt direkt gelb-rot, schwuchtel, Schiedsricht, als Maul, Alter, ist ein Erster, Junge, was mit dir? Aju, 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 Deutschüm, Sena, Aju, Sinan Gümüş, Ines, lan, Erste, Spiel 0-0, oder was, Wieso Turnier? Ganz wichtig, da muss er hin! Der Ball ist weg! Nein, Mann, Cola, Alter! Ja, hello! Müll! Cousin, du bist Müll! Nordland, scheiß Immunsystem wieder, oder was? Donk! Donk! Rodriguez! Rodriguez! Ja, mal wieder! Und Chilo in den Moruk! Und jetzt sind's noch 5 Minuten! 5 Minuten Zeit also für Reisicht, 5 Minuten für Galatasaray, komm! Komm, wir holen! Pass weg! Wer er renne? Guter Pass! Gözüm! Erren! Gümüş! Harun des Dinks! Harun des Dinks! Harun des Dinks! Harun des Dinks! Ciao! Mienke, Alter! Warte mal, ich muss mal irgendwie die Kamera hier wechseln! Kamera links, ja pack! Volume umspüle! Volume umspüle! Nein, 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 nein! Boah! Boah! Ey, 90 ist der Merd! Immer noch 0-0! Du bist schön! Maikon! Heidi Aurum! Heidi! 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 Egal, 0-0! Kein Problem! Sehr schön! Heidi! Heidi! Erste Spiel! Gut, gut! Gegen Palace! Boah! Ich hab keinen Schuss aufs Tor, Alter! Du Joghurtenfresser, Alter! Guck mal, Barca ist schlecht! Nee, espanol mich wohl! Müll! Mert Düştins! Yazmış! Ya! Sana yazdı ama! Scheiße! Emre Akbaba! Götün! Kimi koyucuk? Belanda'yı koyam! Ayşan! Ehm, der Akbaba eigentlich wie gesperrt, Alter! Jetzt spielst du gegen Nantes, Bruder! Im Kamera wieder einstellen! Ye, was passiert? Merti! 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 Kimi koyuzaa! Kimi koyuzaa! Merti! Ah, Chilli kömmel machen, oder? Ich kann mal Chili kieren, eben da raus, reguliere rein. Mutter Chili galt, hab ich ja auch noch. Schießen mit Eren Dardyok. Boah, der schießt gar nicht, alter. Bam, Junge. Bam, Junge, jetzt läuft die Post hier. so wir freuen uns auf das gruppenspiel in diesem european international ich muss arbeit jetzt in der heutigen partie spielt der fc und gegen galatasaray ja und schau mal kurz auf die schau mal heute nix ich töcke und ff rindong 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 Ja, diese Kameraeinstellung gefällt mir nicht, Alter. Ich muss klein machen, halt einmal horizontal. Breite, klein. Klein am besten, ja. Mal gucken. Ja, ist voll okay. Ja, das ist voll okay. Sinan Gümüş. Oh, foul gemacht. Touré, Badou. Klasse pass, Belanda. Belanda, ortaya yaptı. Rodriguez, Cornel. Mariano ortaya yapıyor. Fernandau. Fernandau. Ich muss das mal. Sinan Gümüş. Sinan Gümüş. Kalabirma otopu, alamaz. Gabriel Bosquilla. Zala. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Touré. Klasse Maikon, Junge. Gabriel Zalia. Sie suchen die Lücke. Sie suchen die Lücke. Serdal Aziz. Heute Bombe, Junge war der Typ, Alter. Touré. Gabriel Bosquilla. Gabriel Bosquilla. Mariano. Checkt ihr mit, Muslera. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nein, Muslera. Ich helfe. Oh, ein Ber spect cold war. Aber situation wird deutlich. Auf出 und alles muss es bez Somethingál. Super slut ist erschreckend. Ich kann, aber dann die皇ische B Valentini aus. Ein Oder ist Durchs. Warum im Resort? Wir freuen sich durch. Ich bin wäre Danke. Ge 난 ein Hochbe modules in Kender. Und outfit in Känger gestellt. Oder ich ... es ist ein gümüş top alde sein gümüş beranda beranda rodriguez gidiyor rodriguez direkt in die youtube In normal chanceler Nantes, Nantes, Gabriel Busquilla, Nantes, Faulware, aber Sonntag wird 24 Stunden Stream gemacht, Alter. Ja, Fifa. Klar. Schreibe ich auch extra 24 Stunden Stream. So, Ecke kommt. Ah, das ist natürlich schwach. Ganz klar war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksauer. Lambo-Nicke hast du da mal an der Köln? 43.000 Zuschauer, Alter. Gucken die hinzu gerade. Hä? Antoni Limbombe. Jetzt hat er Anspielstation. Jetzt die Flanke. Mert. Den hätte er sicher. Gar kein Problem. Harnlos. Holum dieser 3,3 Millionen Typ, Alter. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Re rico wie er haben? Kürzer ist mir, was ich sicher 어떡 war? Sie müssen wissen wie ini verifaan? Moment hast du einen supplant inkarnieren. Mert ist beschadet���? Also schützt ihr das. Ture Merd Kazaniklic Gabriel Bosquilla Sehr gutes Abspiel! Jetzt hat er die Chance! Ah, ärgerlich! Morgen! Wird jetzt gefährlich Merd Je wo Ola Nabukadar zu gucken 43.000 Adam berühmt he Ola Nabukadar Und weil er auch bei Fortnite Turnieren teilnimmt he Ja man, die gucken eiskalt 43 Millionen Menschen alter 43.000 Pardon Es geht weiter im Gruppenspiel Ist ja die 2.0 Gala Junge Komm Komm Gala Junge Komm Gala Komm Gala Komm Gala Komm Gala Atschundara will roll Rodriguez Krin Kaczaniklic 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 direkt und die flanks mun sollte man gehen Mariano, Mariano passen, Fernanda. 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 Muhteşem bir pass. Fernanda. Yünes Belhanda. Kaleci. Resmen gol gelmiyor greh. Olamaz böyle bir şey. Mert. Mert. Ortay geldi. Rodríguez. Maikon. Kafalar yura. Sinan gömüş. Ortay yaptı. Ey, da skifst's doch gar nicht. Kom. Eren raus. Onyekuyo. Kom. Power jetzt. Kann da nicht wahr sein hier, alter. Resmen gol gelmiyor greh. Olamaz böyle. Kazaniklic. Monji. 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 Rodríguez. Kazaniklic. Metin. Monji. Yünes Belhanda. Yünes Belhanda. Yünes Belhanda. Rodríguez. 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 Turboyagez. Rodríguez. 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 Hast du gehört? Fernando Es ist ein Gümüş Es ist ein Gümüş Henry Onyekuru Ey meiner alter Es ist ein Gümüş Antoni Limbombe Jetzt haben Sie den Ball Touré Super Guter Pass Rodríguez Alamıyor Antoni Limbombe Antoni Limbombe Auf der Uhr Schlussphase jetzt Da muss das passieren jetzt, Junge Sehr offensiv mache ich jetzt Die Uhr läuft hier langsam aber sicher rund Jonas Bailhahn da Ja Wenn es hilft, vielleicht sehen wir hier nochmal eine Schlussoffensive und das späte Tor Er zieht ab Den Ball kann der Torwart aufnehmen Ton kommt 84 Alter Kann doch nicht sein wieder 0-0 hier Rodríguez Rodríguez Turböyü Açtı Onyekuru'ya Pas gelmiyor Das ist der Fall drin. Das ist der Fall hat einen Schraub. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Was? Das ist der Fall in die Schraub. Was? Das ist der Fall, ich bin so gut. Das ist der Fall. Ich bin so gut. Der Fall hat mich nicht mehr für den Koffer. der Mannschaft den siegtreffer Minimum of 2 Minuten Sauber vom Ballküttel Team Das ist ein Pass Mudacellik Mudacellik, ohne ein Kurier Pass Gelmiyor Mert wieder 0-0 Mert Ja, hallo, mello Willkommen in my stream Ja, hallo, mello If you wanna know something about me The blood in my veins is full of northern green In this field We're far from ordinary people And if you wanna know something about earth We need Emre Akbaba Rein Emre Akbaba Rein Then two more Fennelons Raus Don't Okay Okay I 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 Es ist zwar nur ein Vorbereitungsturnier, dieses European International Turnier, aber die Teams hängen sich richtig rein. Gut für die Saison. Und er schießt. Ui, das war eng. Der Ball geht am Pfosten vorbei. Ayub. Miliener. Nikolai Jürgensen. Geht er raus. Aus dem Schuss wird... Mariano. Jetzt haben sie den Ball verloren. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Und nun ein Schuss. Muss Lehrer ohne Probleme. Ayub. Bart Newcope. Da kann er ihn stoppen. Ball draußen wird ein Wurf geben. Zinan Dümisch. Sie holen sich den Ball. Torstra. Super Pass. Jetzt die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Lasson. Schussversuch. 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 Da kommt die Ecke. War kam gut, aber erst mal ist die Gefahr bereinigt. Super dazwischen gegangen. Schussversuch. Schussversuch. Wiliener. Torstra. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Zinan Dümisch. Da verlieren sie den Ball. Wiliener. Nikolaj Jörgensen. Aju. Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Nein. Das war ein Foul. Da muss er. Natürlich Freistoß geben. Schick, schick doch mal. Eine Aktion, Mann. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Tick zu lang. Wiliener. Zornstra. Klasse Pass. Im Moment kommen sie nicht. Jörgensen. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt. Da können sie erstmal klären. Lasson. Flanke jetzt. Klasse Aktion. Super Kopfball, aber noch besser gehalten. Sehr gute erste Hälfte. Bis lang. Kann weitergehen. Zweite Hälfte läuft. In Kürze wissen wir also, wer sich hier durchsetzen und ins Finale einziehen kann. Nein. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Da kann er sich den Ball holen. Gut geklärt, aber Einwurf. Villiener. Bart Newcorp. Auf Außen ist Platz. Schöne Flanke jetzt. Geklärt ins Tor aus. Gibt Ecke. Ecke kommt. Herr Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Edin Dzeko ist zu Parisa schon mal gewechselt und verlässt die Roma. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Villiener. Die Abmahn wieder her. Gut geklärt. Und Eckstoß. So, Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Super Aktion. Gut geklärt. Er in Derdiok. Er ist frei. Der kann was auswählen. Rodríguez. Oh Haaland. Scheiße. Der ging ja völlig daneben. Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie. Gökaj Güney. Super dazwischen gegangen. Einwurf. Auf jetzt. Schauen wir an die Seitenlinie, Buschi. Wir bekommen jetzt also den Wechsel. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Die Möglichkeit zu flanken. Da zieht er ab. Schosse lebt noch. Klasse gemacht. Stark geblockt. Und da ist der Ball wieder weg. Zapier. Klasse Aktion. Ball ist weg. Tolles Zuspiel. Ball kommt weit. Gute Aktion. Gut geklärt. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Villena. Klazi. Zornstra. Jürgen. Jürgen. Und jetzt der Schuss. Muss Lehrer ohne Probleme. Jetzt haben sie den Ball verloren. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Der Pass kommt an. Da ist er heute extrem sicher. Mann, Schiedsrichter, ja. Oh, drückgelb. Was ist das, ja. Meine Fresse. Eine Aktion, ja. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist im... Oh, nee. Das war kein guter Freistoß. Ja, aber auch kein Wunder bei der Distanz. Meine Fresse, ja. Eine Aktion. Dreckgelb. Kann doch nicht wahr sein hier. Rodriguez. Rodriguez. Passwert. Fairer Einsatz hier. Zornstra. Miljena. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Gut geklärt. Das war wichtig. Nein. Was für Seitenwechsel. Da kommt die Hereingabe. Da kann der Abwehrspiel erklären. Gut gemacht. Nein. Sehr gut aufgepasst. Und es bleiben noch fünf Minuten. Jeremia Sanchez. Jeremia Sanchez. Jeremia Sanchez. Ja, mein Zuschauer. Wie geht's? Es sah so aus, als kämen sie durch. Aber jetzt ist der Ball... Nein. Schwier, jawoll. Rodriguez. Der Ball ist raus. Wer passt da hin? Was wäre das für eine Möglichkeit gewesen? Nein. Das wäre eine riesen Möglichkeit gewesen. Egal. Komm weiter. Jungs Gala. Komm. Zieh Junge. Zieh. Lass den doch nicht gehen. Abgefangen. Gut gemacht. So. Wir gehen ins... Verlängerung, Alter. Ach du scheiße. Elveter schießen beginnt. Oh, sie ist… Oh, sie ist da hin. Jawoll. Ein der Ackbaba. Er guckt dahin. Nicht drin. Der Ball an die Latte und raus. Das war Pech. Das war Pech. Das war Pech. Tschüss, Erenja. Ja, Volumen. Ja, ja. Was machen die Idioten, Alter? Mariano. Ich bin weiter. Stark, Jungs. Das war ein sehr ausgeglichenes Duell. Und jetzt gilt die Konzentration natürlich schon wieder der nächsten Aufgabe. Ganz souverän verwandelt dieser Elfmeter. Dem Druck standgehalten Elfer verwandelt. Der Elfmeter hat am Ende... Ja, das war die Ack. Ich bin im Finale. Gegen... Nont. Gegen Nont. Der Finale. Der... ... 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 Mariano 9,5 Celtic Er ist auch schon 32 9,5 Einen weg Einen Einen Celtic ist daran interessiert Es ist Fimale Es ist mit aus Es Tick Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Touré. Anthony Limbombe. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Geht er rein. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Salah. Da kommt der Schuss. Eine kurze Ecke. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Das ist kein Problem für den Torhüter. Nein, vom Torhüter. Alles klargerät. Töchter. Nein, das ist ein Problem für den Torhüter. Das ist ein Problem für den Torhüter. Der Torhüter. Ich würde das nicht hin, der Torhüter. Es ist ein Problem. Fertig der Torhüter. ja und deshalb der abschluss auch nicht platz und antony lim bombe zure er spielt den pass auf den flügel er kann ihn reinbringen super einsatz von deutschland da waren auch dran und es gibt eckball gefährlicher aus vielleicht können sie diese ecke jetzt nutzen die fans sind da der druck ist im moment enorm gute ereingabe vielleicht die chance antony lim bombe jetzt geht es mit einem einwurf weiter es gibt ein wolf mariano da geht er gut dazwischen wenn es jetzt schlägt er abseit den hat er wohl nicht richtig getroffen ja das ding geht ein gutes stück vorbei mariano fernando sinan gemisch gut aufgepasst da kommt er an den ball der vierte fischung sind die kinder der zwei minuten nachspielzeit kriegen wir jetzt noch jetzt wird gefährlich werden antony lim bombe der angriff ist erst mal vorbei sie verlieren immer zur pause so durchgang zwei kann beginnen bald wissen wir dann wer das turnier für sich entscheiden kann sie haben den ball jetzt sind sie am ball jetzt sind sie am ball Jetzt kann er flanken, gut abgeblockt, so wird nicht die erste Flanke. Der Blick runter an die Seitenlinie, Nantes nimmt den Wechsel vor Bushy. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg hat. Gutes Timing vom Torhüter. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Lassen den Ball laufen, aber jetzt brauchen sie auch mal einen Zug zum Tor. Der Blick runter an die Seitenlinie, Nantes nimmt den Wechsel vor Bushy. Ja und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Sieh durch, Eren. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Touré. Sala. Wird das eine Torchance? Und die Chance? Klap! Das muss es doch sein! Schick dir der! Oh, der Treff! Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelogen. Da mussten wir also bis zur zweiten Hälfte warten. Aber jetzt fällt endlich der erste Treffer. Der war zu ungenau. Kurze Flanke jetzt. Kieber geht gut zum Ball. Fossil hinweg. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Diego Carlos. Da machen sie die Räume eng. Ein Wurf. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Mariano. Da ist die Flanke. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Es gibt Eckball. Gute Chance, um hier auszugleichen. Die Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt kann er die Flanke bringen. Schön gelöst. Den Angriff im Keim erstickt. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Haus. Rodriguez. Jetzt die Flanke. Nein! Das muss jetzt ganz wichtig sein. Nein! Ecke kommt's! Henry! Nein! Nein! Das war jetzt wirklich ärgerlich. Wenn der drin gewesen wäre, hätte es ganz gut ausgesehen. Ja, das Ding wäre wichtig gewesen. Trotzdem ein guter Versuch. Sechs Minuten haben wir hier noch. Rodriguez. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Da haben sie jetzt Platz. Pass auf die Außenbahn. Lange geht's nicht. Ey, das ist doch kein Foul, Alter. Es gibt den Freistoß. Endgültige Entscheidung, ja. Alle warten auf diese Hereingabe. Und jetzt ist der Ball geklärt. Rodriguez. Donk. Donk. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. Drei Minuten. Drei Minuten. Abizion. Donk. Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. Hereingabe jetzt. Nein! Da können sie erstmal klären. Mariano. Da kommt der Schuss. Nein! Die Riesen-Schuss zum Ausgleich. Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt kommt es vorbei. Hier ist es jetzt! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das Geys. Das ist das Problem. Was ist das? Das ist das Problem. Mosa. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2 a 0. Buona la lettura del difensore su brutto passaggio. Mochtar. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Palla recuperata, azione interrotta. Pallavagat Guadagnametri Verso l'area Intervento efficace Nel difensore Mokhtar E' l'occasione Per tornare in partita Ha provato qui a riaprire il match Conclusione della distanza Che è terminata sul fondo Sia pure di poco No sinceramente Piano me la sento di criticarlo Per questa scelta Se fosse entrata a quest'ora staremo tutti in piedi Parte il tiro C'è la sola potenza in questo tiro Mira completamente sballata Ci ha provato dai Capita di sbagliare la coltita però davvero male Buono il recupero Possono ricominciare E finalmente c'è il recupero del pallone E' il possesso di palla Bifuma C'è spazio per il cross Mokhtar Interrompe bene l'azione Intercettando il lancio Cerca il lancio lungo A scavalcare la difesa Impassante Lo supera benissimo Sterdi Yock Conclusione che finisce Tutto pronto L'arbitro da inizio Alla seconda metà di gara Ottiva la lettura del difensore Che ha capito tutto Ha recuperato il pallone Palla che se fosse passata Avrebbe creato problemi davvero seri Alla difesa Molto bene qui il difensore Bifuma Sar Gran palla Occhio al tiro Palla ancora lì Strepitoso l'intervento Che finirà sicuramente Negli highlight Del match Palla toccata corta Attenzione Conclusione che si è spenta Abbondantemente sul fondo I compagni lo rimproverano Perché non ha passato il pallone Ha visto uno spiraglio Si è lasciato ingolosire Sperava sicuramente Mingo Sotte Hanno provato a sfondare Per via centrali Ma sono stati fermati L'arbitro facendo Di proseguire Gran tiro Sicuro E ci sarà dunque Calcio di punizione Da ottima posizione Direzione di gara Che fischia un fallo Per questo intervento scorretto Direi che ci sta tutto Intervento goffo questo Cercava il pallone Ma prende invece la gamba Ribatte il difensore La toccare per ultima Il difensore E dunque calcio anacolo Non stanno facendo respirare Gli avversari Vedremo Ma sfrutteranno Questa occasione Calcio d'angolo corto Intercettano bene Il pallone Magnifica lettura Difensiva Si ripartirà Con un fallo laterale C'è un colpo Di mercato ufficiale Ivan Perisic Ha completato il passaggio Al Bayern Monaco Dall'Inter È sicuramente Un buon giocatore Che credo Avrà un grosso impatto Su questa squadra Può far partire i cross Miracolo del portiere Che sventa il tiro qui Ma che riflessi Pierre Davvero una parata Incezionale C'è il tocco corto C'è il tocco corto C'è il tocco corto Cone Occhio Cerca l'area di rigore C'è la norma del vantaggio Attenzione al cross Cercano spazi Parte il tiro Tira il respinto Dal difensore Cerca la porta C'è la parata sicura Del portiere Che blocca il pallone Matteo Bordocampo Quanti minuti ci separano Dal fisco finale? Ne mancano 20 di minuti Per raggiungere il novantesimo Grazie a Matteo Barzaghi Lo diremo nuovamente In caso di ulteriori aggiornamenti Spazzano via il pallone Bifuma Sfuma dunque L'azione d'attacco C'è spazio per andare Bel passaggio Erdem Shen Bifuma Prova a calciare Murato dal difensore Donk Rodriguez Ha spazio per avanzare Cross che viene intercettato Andiamo da Matteo Barzaghi A Bordocampo Per sapere quanto resta ancora da giocare E' iniziato il conto alla rovescia Pier Meno 10 minuti al novantesimo Grazie a Matteo Barzaghi Sempre sul pezzo Fida dunque a questa sostituzione Per trovare almeno il pareggio Ridisegna la squadra Nel tentativo Di riportare il match Sui binari giusti Occhio al pallone filtrante Bella la verticalizzazione Ha evitato un possibile gol Coni Può metterla in mezzo La mette in mezzo con questo pallone Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì Stefano Sembrava impossibile Di parecchio eh Pier Peccato perché la potenza c'era Cone Continuano a frire grandi pallone e compagni Match che finisce qui E' iniziato E' iniziato E' iniziato Spann Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was machst du? Du bist nicht online. Was? Du bist nicht online. Doch, ja. Wir haben das offline gemacht. Ach so. Diese Woche war ich nicht online. Nein, online. Als offline habe ich mich angezeigt. Ach so. Hast du keinen Bock auf die anderen? Ja, und so ein paar Leute keinen Bock gehabt, aber. Egal. Ich zahle mal, mein Bruder. FIFA 19 und nochmal geil. Dann sagen die ja, der ist FIFA 19 und so. Aber geil. Aber es macht Spaß. Das hat richtig geile Änderungen, Alter. Und nochmal. Voll im Realismus. Das ist ein Schiniger. Hier spielt Lavec, ne? Ja. Lavec hat 82. Boah, guck mal seine Werte, Alter. 83 Sprint. 83 Abschluss. Boah. 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 Und Helan ist auch da. Ja, ja. Viele sind da. Dembaba da. Taliska. Wo ist Dembaba? Äh, Shanghai noch was. Musst du mal googeln. Ja, ich guck jetzt in den Teams nach einfach. Ja, guck. Ist ein Bügel, mal du, FIFA. Mann. Schon seit einer Woche, ja. Oh, hast du vorgestellt dann? Du? Ja. Ich hab gestern um 0 Uhr gekauft. Mit Kollegen. Waaah, italischen Kommentar wollt schon wegmachen, ey. Ja, ich hab englische Kommentare, ja. Ja. Ist besser, ja. Ich hab mir gestern Assassin's Creed Odyssey vorgestellt. Salom, ja. Oh, mein. Ja, ich spiel jetzt mit Shanghai. Da spielt Oscar und Hulk. Ja. Und Rui Lei ist ein guter Stürmer. Der Beste von Schienlein, glaube ich. Mhm. Er spielt auch hier. Machst du mit denen Saison, oder? Ja, Mann. Ja, kannst ja machen. Ich muss mich halt konzentrieren, ja. Noch Box, die Schlüsse sind anders geworden und du kannst den Ball hoch bei den Tricks machen. Ja. Halt unnormal realistisch. Hämmern roll a Tamion. Ja, wenn du gut bist, hämmern a Tamion, ja. Ja, aber so ist Schwerhalter die ganze Zeit. Weißt du denn, ich mach Kopfball? Die hundertprozentigen gehen aber auch nicht immer rein. Ja, na, da bin ich. Ja, ich hab Realismus gehabt, ne. Gefällt mir. Ja, einen, Alter. Gefällt mir auch. Mach Bock. Ja. Ja. Also besser als FIFA 18 auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Melton hat das auch mal. Du kannst jetzt auch nicht mit FIFA 17 oder so vergleichen. Ja, Bruder lass pro Club Team machen, Alter. Ja, mach mal auf mit deinen Kollegen. Hat er ist bei uns so, dann können wir zacken später. Ja, aber... Melz ist momentan ein Shisha, aber... Der spielt Fortnite, Alter, Penner. Wer spielt Fortnite? Oh, Leute, ja. Melz. Wer? Fortnite... Fortnite heißt das da, Mann. Der Fortnite, Alter. Wenn es FIFA 19 gibt, ja? Eine Ahnung, Mann. Ach, aje, wir schauen zu dir. Hahaha. Fortnite wäre nicht schlecht. Ich mach mit Galer. Ich mach mit Galer. Nein, ich nicht. Ja, aber... Ich hab ein Update von Fortnite bekommen, bitte. Da hab ich noch nicht gespielt. Der eine ist wie Scheng Long, Alter. Hahaha. Gönn dir, oder? Guck mal, wie das da so ist. Ich guck mir nur an, was für Eigenschaften wir haben. Distanzschütze. Oskar ist auch... Wie viel Geld haben die, Alter? Die haben schon Kolo nennen. Guck mal, wie das da so ist. Ja. 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 Ich spiel nicht nach Aus... ...geglichen, sondern... Ich mache Druck nach Fehlern. Und breite... Ja. 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 Hast du dir... ... normale Edition geholt, oder? Mit Food Edition. Ja. Mit Food Edition hab ich. Ja. Ja. Ja, Mann. Hast du mit CD, oder ohne? Ohne CD, ja. Brauch ich nicht. Ohne CD, ja. Brauch ich nicht. Ich hab auch ohne. Ich hab auch ohne. Wir haben... ... normale Standard Edition geholt. Ja. Achso. Ich zog's nicht. Was? Ich zog's nicht. Was? Ja, ich zog das auch ab und zu deswegen. Ja. Also ich werd mich auf jeden Fall noch qualifizieren für Weekend League. Ja. Und ich mach mal eine Mannschaft. Ja. Das Problem ist, ich muss dann auch... ... halt so 83er und so behalten und danach verkauf ich die, wenn... ... es so SBCs gibt. Ja. Ja, Mann. Occhio auf Pallon in Mezzo. Nein, Maicon! Ich war halt viele mit Coins ja und danach gehob ich die auf jeden Fall, Alter. Mhm. Und bestimmt ist der Ball auch da, aber keine Ahnung, Alter. Obwohl die Sonne reicht auch, ja? Wenn der mal die Sonne spielt in Karriere, scheiß auf Ultimate Team, Alter. Ja. Bist du da dein Team hast, dauert... ... acht Monate, Alter, dann ist schon über 20. 1.000 Euro reinstecken, Alter, damit du die Besten hast. Ja, das mach ich aber nicht, Alter. Ja. Also... 4.800 hab ich noch... ... 5.000 Points auszugeben, aber ich hab... Ja. Brauch's nicht. Zu viel Geld, ne? Ja, Mann. Ich hab mir jetzt, äh... Ja. Deluxe... Deluxe Edition bestellt für ein SSQ. 80 Euro. Ja. Boah, was? Aber warum beschimpft man da? Der Luk ist eh nicht final oder? Mit Sisi Pass. Was weiß ich nicht, Alter. Ach so. Und Black Ops 4 habe ich mir auch schon... .. schon lange vorgestellt. Auch mit Sisi Pass, wie soll ich das? Ja, korrekt. Vielleicht aufs Vier hab ich noch nicht geschickt. Boah, Junge ist der Pauka. Bin immer gefährlich, ey. Und was für eine Stärke spielst du? Profi. Ist okay, wenn ich lieb bin, sei ich meiner Machtlegende. Oder Weltklasse. Wenn du derby hast, ich bin zur Legende. Nein. Ich meine... Radelan Rodríguez. Nein, er hält den. Scheiße. Nein, ich sage, wenn ich diese Saison beendet habe und ich vertraue mir, dass ich Weltklasse oder so spielen kann, dann ändere ich das. Ja, du spiel doch gleich Saison, Alter. Nein, Mann. Erstmal Karriere, Junge und ein Sojourney, Alter. Äh, ich stelle erst mal ein, wie viele Leute da waren. Ich guck mal, wer mich als Gegner bekam und welcher Mannschaft. Mit drei Sterne ist besser, glaube ich, ja. Aber hast du gesehen? Legende ist nicht mehr das stärkste, ne? Keine Ahnung, hab schon nicht geguckt. Was denn? Ultimativ ist das krasseste jetzt. Ja, das gab es doch auch schon vor den FIFA 18, ne? Nein. Doch, Mann. Ultimativ, ja. Joch, du. Bei Squad-Bettens, Mann. Wir haben aber eine normale Saison nicht. Ich hab keine Ahnung. Du weißt dein Ultimativ, Alter. Machen die dir 30 Tore rein, oder was? Alter, keine Ahnung, Mann. Okay. Ich suche jetzt Gegner, ja? Wie Gegner? Und dann spiele ich. Oh, ich dachte, du machst Saison. Ja, Moro, ich spiele jetzt Saison, ja? Ach, du machst Online-Saison. Ich dachte, du suche ich Karriere-Modus. Nein, ich spiele später Karriere-Modus. Ach so, scheiße, Gollide. Gürsteppe, wie ist es für eine Rechte? Vielleicht fange ich Karriere später an, aber mit Real Madrid oder Juventus. Ja, guck mal, was du da machst. Ich mache RCs immer mit Gala, Junge. Oder mit Gala oder Boostersport. Ich bin der Neumat import. Ich bin der Neumat, ich bin der Champions League, was du da machst. Ja. Ich bin der Neumat. Ich bin der Neumat, also mit Gürsteppe. Ich bin der Neumat. Ja, das ist das neumat. Also, ich bin der Neumat. Ich bin der Neumat. See, die Olympi. Ja, das ist eine Schmerz. Boah! Bacanos, in Porto oder in Galda? Ich glaube in Porto! Ich guck da das Spiel, das wird geil! Morgen sind geile Spiele, ober! Heide, 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 Heide! Eren hat schon eine Jaa! Das guck ich auch, die Wenz ist gegen Napoli, oder? Ja, und Real Madrid gegen Atletico Madrid! Ja, das guck ich auch, dann müssen wir echt mal gucken! Badu Endi hat ja Ortei gehabt, oder? Scheiße, ich verliere das 1-0, glaube ich! 88er-Olivre! Ja, das ist schwer, solche Gegner zu finden mit 3 Sterne, Alter! Ja, musst du warten ein bisschen! Dann kommen so Echert Bruchtis, Alter, die alles können mit! 1-2 Minuten die Rekuperung! 1-1, Schämmer, Mann! 1-1, Schämmer, Mann! 1-2, Schämmer, Mann! Heide, Leine letzte Chance, Alter! 1-2, Schämmer, Mann! Boah, ist der schnell Morog 1-0 verloren! In Istanbul 1-0 verloren gegen Gösteppe Passiert Was ich schade finde, die haben noch keine türkischen Stadions gemacht Obwohl die schon Erträge haben und so, ja Ja, auch Das fatt mich auch ab, aber Die könnten ruhig das ganze Stadion machen für Herbaric und Besiktas Jetzt gegen Alanya, Alter Dortmund Stadion haben die reingemacht, Alter, sieht geil aus 6-0 hatte Gala gewonnen Das Spiel gegen Alanya Gegen Flieger und das Das Spiel gegen Alanya Ach, Mann, ich wollte doch Dings machen Italienische Kommentare wegmachen, schon wieder Italienische Was willst du machen, Deutsche oder was? Ne, probieren Spanische Mal gucken, ob die über... Spanische, Französische gibt's auch, ne? Ja, ob die da... Die haben doch gesagt, die haben da Änderungen gemacht und so Ja, ich guck mal auf Französische gleich Ja, guck mal auf Französische gleich Spanische mach ich auch gleich nach dem Spiel Ich hab die Gegner gefunden Ich bin gerade im Park Italienische gerade bei mir wieder Ja Junge, Alter, ich hab Englisch, ja Und, Englisch, Martin Smith oder ein Neuer? Ja, Englisch hab ich auch in der Schule, Digga, deswegen Ja Jetzt mach jetzt mal einen Abschluss Gegen Nord-Arabien-Team, ja, Al Nasser Ja Ja Und ja, Lumba-Karren, Alter Und ja, Lumba-Karren, Alter Einer Stadion Olympique von Shanghai Ja Ja NDI Ja 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 Es ist kein Thema Tief Ndi Entschuldigung Orangrid Nasser Kau Ndi mit der Nord-Arabien-Tlock Für eine Kredo Nein. Unschwitte gut. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Buona lettura del difensore su brutto passaggio. Baragna metri verso l'area. Occhio alla botta. Conclusione deludente davvero. Troppo alto. Recupera palla. Intercettando bene il pallone. C'è il movimento senza palla. Prova a sorprenderlo. E il portiere recupera il pallone. Arbitro che ferma il gioco. C'è il porto? No, non c'è il plateau. Non c'è il porto. Ok. profondità prova in porta calcio d'angolo, vediamo se riusciranno a sfruttarlo per mettere la freccia e passare a condurre cross verso il centro dell'area attacco che svanisce risolve lui attenzione occhio al ribalzo potevano essere in vantaggio a quest'ora se non fosse stato per l'intervento profigioso del portiere buona rinconizione qui nulla di pericoloso alla spazzata via si avvicina all'area buon recupero del pallone, possono ripartire buono il pressing, recuperano il pallone interrompe bene l'azione intercettando il lancio prova col filtrante profondo passaggio intercettato Filippo Augusto 120 secondi, il recupero segnalato al quarto uomo e vediamo cosa ci serviranno protegge il pallone sul pressing avversario per l'intervento per l'intervento Was schon? Normalerweise müsste ich schon draußen sein, Lamm von Neymar, die Gelben sind da. Alla fort und raus. Man hat's auch leider nicht bekannt. Aber niemand scheint zu nahe. dreamt dortmund Balla schizza via dopo il contrasto. Pallone che ha superato la linea, sarà rimessa dal fondo. E c'è il tiro! Tutto facile qui per il portiere. Ball a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo! Manca mezz'ora da qui alla fine, tutto può ancora succedere. Bene così Matteo, se dovesse emergere altri particolari, ovviamente chiedici pure la linea. C'è il rilancio a lungo. Palla che esce, sarà parolaterale. Tiaie, posizione buona per il cross. Filippo e Augusto. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. C'è bisogno di forza. Linus, ci sono metri a disposizione. Prova la botta. Man. Distinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo in questa parata. Cross verso il centro dell'area. Prova ad andare. Allontana il difensore su questo tiro. Filippo e Augusto. Io andrei da Matteo Barzaghi a bordo campo per sapere a questo punto quanto manca alla fine. Ne mancano 20 di minuti allo scoccare del novantesimo. Bene Matteo, grazie. Hanno provato a sfondare per dieci centrali ma sono stati fermati. Può correre lungo la fascia. Cerca il traversone. Perfetto. Loldo. Es wirds erstes Halbset. Immer noch 1-0 per den Gegner. 2-0 hat er. Oh, 2-0 hat er. Oh, man. Spielt gut anschein. Nein! Oh, Lama ist ja nicht 0-0, Alter. Lenas, palla di nuovo in faro laterale. Filippo e Augusto, bel passaggio. Sentiamo da Matteo Barzaghi quanti minuti restano ancora da giocare. 360 secondi alla fine, 0-0 il punteggio, risultato che sembra non volersi sbloccare. D'accordo Matteo, grazie, richiedici pure la linea in caso di ulteriori novità. Ok seizedellin Das ist die Bills für den Nächte Gehörg. Sian Gümrisch. 1-0 Johan, 3 Punkte sind 3 Punkte, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein Tor, das ist ein Tor. Das ist ein Tor, das ist ein Tor. Das war's für heute. Ich weiß, dass wir hier die Transer gehen. Ich bin sehr gut. Terutschein, ich bin sehr gut. Das ist ucuz, sehr gering. Empoli. Was ist das? was ja jetzt ich 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 und ich 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 Schau mal ein bisschen. Norde? Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 Es geht weiter. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin einig, das war's für mich. Was? 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 das ist passiert hast du gewonnen? verloren? ich hab gewonnen, ja wie viel? 4-2 lange gewünscht ja man es ist eine andere Mannschaft 9-3 4-2 4-2 5 5 6 9 10 10 Gucken wir mal hier, wie der heißt. Empolini. Welts? Er? H. Touré heißt er. Offensiver Mittelfeldspieler. Interessant. H. Touré heißt er. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, Mann Hier, Mehmet Zeki-Czelik, Junge Dich beobachten, Bruder Ich auf dich Ich kann nicht weg, was kei, lyn? Dane, ich kann weg Wem hast du jetzt genommen? Was denn? Kümmer halten jetzt Ich hab jetzt... Warte mal, er hat auf Pause gedrückt, ja Der, ich hab jetzt RB Leipzig, der hat Westam geredet Achso, du hast Leipzig genommen? Ja Ja So, bevor ich auf Start drücke, italienische Kommentare Weg Machen wir nur Spanische Gibt's ja auch Spanisch Latein, aber... Irgendwie alles Scheiße, ey Spanisch Latein Shatter? Ja, gibt's auch Gab's auch bei FIFA 18 Haha, okay Junge, Alter Aber ich hab jetzt... Spanische, also... nur Spanische gemacht Mach das... Mach das... Aber ich hab jetzt... 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 Er sagt... Goool... Er rastet aus In der Party... Kan man sich nicht konzentrieren, Alter Ich weiß nicht, wie das bei dir ist Nein, ich kann mich voll zufrieden. Ja, du spielst auch Offlane, Alter. Ist doch egal. Da brauchst du doch nichts machen. Ja klar. Ja, aber auf Trophy ist voll einfach. Ja, geht. Okay, geht. Ja, aber auf jeden Fall 19 am Anfang geht. Aber die Saison ist was anderes, das ist noch schwerer. Ja, du machst das schon. Und deswegen muss man eigentlich ohne Party spielen, ja? Ja. Ich kann nicht spielen. Ja, Mann. Ausrede ist das alles L-Level. Nein, das ist kein Ausrede. Ich kann ohne Party besser spielen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Nein, ich kann nicht spielen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist gut. Oh! Apósitos así. ¡Turé! Mueve el balón por las proximidades del área. Sale para evitar sorpresas. ¡Gol! ¡Rodriguez! Gana la posición y la oportunidad es buenísima. ¡Cuanto más se va a ampliar Ruiz! ¡Pude marcar! ¡Turé! ¡Gol! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Impresionante reacción de la afición que sigue animando para conseguir el empate. Hasta aquí hemos llegado. ¡Gracias! 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 Ja, wir wollen. Hallo! Es ist auch so gut. Ich bin sicher, ich bin sicher. Rodríguez Buen pase buscando la espalda defensiva El centro era bueno pero no ha encontrado a ningún compañero No quiere ese balón suelto Está en una situación de crear peligro Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa Corta la jugada con una buena intervención El partero le da la gravedad al defensa El pase podía haber sido peligroso ¡Peligro! ¡Gol! Ya tenemos el gol el primer tanto del partido Esperemos que no sea el único del encuentro Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Rodríguez Derdy Jock El balón a... Y será saque de esquina El público se viene arriba Aquí puede estar el empate El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado Y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el remate Pasa por la banda para ganar metros Prueba suerte ¡Qué reflejo de Muslera! Van a tener una ocasión desde la esquina Balón en juego ¡Chuto ahí! Corner bien sacado ¡Qué estirada! Corta la jugada Hay que jugar por bandas Trecegué No ha conseguido controlar el esférico ¡Nagatoma! Envía al balón hacia la posición del extremo Sale a por la pelota El centrocampista ¡Qué bien filtró con intención! ¡Ojo a ese! ¡Chush! Pero sale con confianza y lo bloca Estaban esforzándose para recuperar la posición Y lo han hecho Todos queremos saber cuánto queda Dos minutillos más Podría habernos regalado algo más Que estaba precioso esto Nos vamos al destino Y se produce el saque de centro Que abre la segunda parte del encuentro Trecegué Trecegué Llega para interceptar ¡Excelente! Pasa el espacio Corner momento de máxima concentración en el área Corner bien sacado Va desviado Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre Paco Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya Allá va la pelota buscando Alguien que la remate ¡Ojita el disparo! ¡Espectacular muslera! ¡Espectacular muslera! El esférico a la zona de gol ¡Dum! ¡Derdillo! ¡Dum! ¡Dum! El balón se pierde por el lateral Se va a producir Una sustitución Pues el futbolista abandona ya el césped El camino del banquillo, Manolo Lo que no sepas tú, no lo sabe nadie Gracias, Antoñito Buscan espacio en el lateral Envía hacia adelante para despejar Buen pase, pero amigo mío, para el rival Chulta puerta ¡Qué pena lo que ha fallado! Creo que el autor del pase se sentirá decepcionado Hizo todo lo posible, pero el disparo no fue bueno Indiaye ¡Qué gran visión de juego! Saca el esférico de ahí sin contemplaciones La pelota se ha marchado por línea de fondo ¡Córner! ¡El saque de esquina valaria! ¡El cancerbero mete los puños! ¡Pase horroroso! ¡Chuta! ¡Ya! ¡Gol! ¡Acaban de poner las tablas en el lado! ¡Qué grito trinque! ¡Qué grito trinque! ¡Ve! ¡Gol! ¡No, pues el futbolista abandona ya el terreno de juego Para dar el relevo a su compañero Que va a intentar aprovechar los minutos sobre el césped! ¡Y eso es entonces lo que sabemos por ahora! ¡Ya lo han oído! ein es 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 india es que bien filtró con intención una pena que la jugada se haya quedado en nada mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa el partido sigue empatado y un gol lo cambia todo con el 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 Lokomotiv Moskau Jalou Melou 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 Cae la eltern Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. ¡Vamos! ¡Miracho! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡En Sancha en el campo jugando sobre la zona lateral! ¡No hay! ¡Está merodeando el área rival en busca de hueco! ¡Pibis para! ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! ¡Farfan! ¡Nada, Tomo! ¡Dol! ¡Corta! Paco, estamos en el primer partido de la competición y todos los equipos parten en igualdad, pero quiero que te mojes y me digas a qué equipo ves más fiable. Tenemos por un lado al Schalke, que suele competir muy bien en las competiciones europeas. Por otro lado, tenemos a Loporto, uno de los equipos punteros de Portugal. ¡Rodríguez! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Mucho ruido! ¡Y ya lo sabe! ¡Poquitas nueces! ¡Despeja con autoridad! ¡Miracho! ¡No sé, Paco, si piensa en lo que yo, pero creo que este jugador puede ser el hombre clave del partido! ¡Son futbolistas como él los que consiguen romper una defensa cerrada con un regate o con un gesto técnico, Manolo, por eso es tan importante! ¡Farfan! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido, Nick Salta! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido para un especialista y ojo que puede poner a su equipo por delante! ¡Madre mía! ¡A punto ha estado de sorprender! ¡Qué confianza para tirar desde ahí! ¡Nada toma! Nunca dejará de sorprenderme los incondicionales que son los hinchas con esos equipos A veces hay tensiones, enfados o pitadas, pero son casi como broncas de papá Luego siempre están ahí para apoyar a los suyos El fútbol mueve algo muy dentro en la afición, no es un espectáculo cualquiera que lo ve si te olvidas Sino que te acompaña para siempre Podría pasar Rebasa al defensor, balón al área El remate de cabezas estrella en el portero Nadie le cierra esa banda Muy bien, ha conseguido despejar Farfán Esmalar Miracho Crey Chovea Farfán Farfán La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces No consigue controlar ese balón, cambio de posición Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda El cuero llega al área Pero no consigue conectar con un compañero Muy bien en defensa Ojo peligro, 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 peligro Le va a costar quitárselo de la cabeza Manolo Es un momento horrible para un jugador que se ha marcado un gol en propia meta Los goles en propia puerta suelen afectar psicológicamente Sobre todo a quien lo mete Ahí evita el peligro El defensor se anticipa y recupera la pelota Derdy Jock Se acabó el tiempo reglamentario Cuánto más se va a jugar Excelente pase al espacio Ese pase profundo y ha acertado un buenísimo Balón en juego que saca al área Impide el gol con esta impresionante estira El árbitro señal Vamos con los 45 minutos finales De este primer partido de la Champions Es importante puntuar en estos primeros partidos Porque si no, luego acabas sufriendo en la segunda vuelta Don Línez Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posición Krejchovia El esférico a la zona de gol Espectacular Muglera Le arrebatan el balón al rival Cuidadín, cuidadín que tira puerta Creo que le pegó demasiado arriba Ni frío ni calor Paco Yo diría que esta primera parte de la miga ha sido Ni frío ni frío ni frío Un primer tiempo raro el suyo El equipo gana pero yo diría que él ha sido Intrascendente Por suerte el resto ha estado a buen nivel Decibe retrasar la bola Goal 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 Un golito para cada equipo Uno a uno en el luminoso Hoy están bordando los pases ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Pues queda Queda como media hora todavía para que jueguen Así que Ahora lo disfrutemos de los 30 minutos que faltan Y con suerte El tiempo de descuento Entendido, gracias No te despistes hermano Centro despejado y pasa el peligro Abre mucho el terreno de juego Envía hacia adelante para despejar Sermández Sermández Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva Podría haber una buena ocasión Prueba fortuna de larga distancia Oye hermano, ¿cuánto crees que quedan? Pues así, mirando el reloj Yo diría que quedan todavía, Manuel 20 minutos de partido Para que ambos equipos intenten jugar Las cartas que les quede Muchas gracias Antonio por informarnos Farfán Don Crichovia El meta estaba bien colocado Y el cabezazo Buah, era en sus manos Sí Manolo, con qué facilidad No ha conseguido controlar el esférico Qué pelota, madre mía, más inteligente Puede ser una gran ocasión Un saque de banda desde tan cerca Puede ser más peligroso De lo que parece El míster ordena el cambio de un jugador Cuéntamelo, Antoñito Así es, Manolo Hay cambio, veremos si se trata De un relevo de hombre por hombre O si esta sustitución Afecta el dibujo del equipo Pues si Antonio lo dice Palabra de Ruiz Ese centro va al área Pero nadie consigue rematarlo Intercepta justo a tiempo Crichovia Ya lo ven Ya lo ven, quieren la victoria a toda costa Y no van a dejar de intentarlo Pero ojo que casi no queda tiempo Antonio, el relevo Antonio, el relevo ya está en marcha Efectivamente, claro El jugador está listo ya para saltar al terreno de juego De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Buen pase filtrado Eso tiene que ser por lo menos amarilla El colegiado no duda en amonestar al jugador del Galatasaray Y suerte que solo ha sido amarilla La posición es buenísima para un especialista Y ojo que puede Le fallaron los cálculos ¡No he visto una alegría por esta! ¡No he visto una alegría por esta! ¡No he visto una alegría por esta! ¡Así ya! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 E ele tem tudo para ser o melhor jogador em campo hoje, vamos ficar de olho É um jogador que dá sempre muito trabalho para a defesa adversária busca sempre o espaço onde não existe Afastou de qualquer jeito a pressão estava altíssima por ali Passa interceptado, o adversário leu bem a jogada Moça Marega Olha o Porto vindo para o... Pode ser um ataque bom, vamos ficar de olho O mundo inteiro percebeu Bateu E a bola sobrou fácil para o goleiro Joga para longe meu goleiro Abubacar Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque Pereira Defur Defur Buscou os companheiros na área Cruzamento mal feito Ninguém chega nela Que bela chance para sair rápido no contra-ataque A marcação interrompe a jogada Lateral Lines Ótima posição para cruzar Buscou os companheiros na área Ooooooooh A jogada pode começar no lateral Ele apareceu no lugar certo na hora exata Para fazer o corte Ooooooooh Saiu um chute de fora 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 Fazer anos portugueses com o que está A cor que está Ooooooooh Ooooooooh Todo mundo respira aliviada Ele afastou o perigo Ooooooooh Ooooooooh Oooooov Ooooov Oooooov abu bakar abu bakar mein Mann Nein. Manchina das Doral. Liste ja General, Nussan. Nimm den Ball. Du bist nischarke. Není Cetio von... Není Cetio von... Nein! Wir haben einen. Mann! Não tem chance de gol até agora, está sendo presa fácil para a defesa adversária. Danilo Pereira. Passou pelo marcador. Ibrahimi. O gol não sai. O jogo continua empatado. Otávio. Marega. Defur, cruzamento para o meio da área. Por quê? Chegamos aos 15 minutos, temos mais meia hora de jogo. Mann! Vai subir a plaquinha, tem substituição no Porto. Otávio. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. Perdeu a bola nessa dividida. Isso mesmo, levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. Abubacá. Danilo Pereira. Marega. Sinteria. E já estava na hora de sair esse golzinho, Caio. Estava maduro, né, Tiagão? Eles estavam sobrando em campo. Dá até para dizer que demoraram para abrir o placar. Oliver Torres. Ebrahimi. Olha que linda bola enfiada. Marega. Andiaye. Andiaye. Perdió. Próxima bola fora, vai mexer o time técnico da casa. Ebrahimi. Ebrahimi. Ele quer jogo. Recuou para buscar a bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Ebrahimi. Pereira. Oliver Torres. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Ebrahimi. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. Oliver Torres. Abubacá. Passe completamente errado. Partida está completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. E ele manda o perigo embora. Abubacá. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. Esse aí vai sair de bem com o treinador, Caio. Fez um grande jogo. Jogou bem, sim, Thiago. E até por isso, já parecia um pouco cansado. Cumpriu muito bem a missão dele em campo. DIA. Linis. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Hum, entregou a bola de presente para o adversário. Brigou pela bola. Naaaaaaiiii! Ei, escrautas, lix. Enter. Sina. Red Booker. Sim, entregar parece. Come film o jogador. Um wielkoops, mas a defesa faz. Chi, desejar mais a bola foi bem. Sei muito mais 2022. tchau. Ich habe mich nicht mehr verletzt, dass es nicht mehr verletzt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Mann, Kai Lange. Passe precipitado por ali. O empate está desenhado. Pegou o goleiro sensacional. Reflexo puro. Foi uma finalização de... Edding! Mandou de Finesse. Na verdade, não teve Finesse nenhuma nessa bola que foi muito longe, Caio. Acertou na intenção da batida colocada. Errou feio na execução. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Tem bastante gente na área no cruzamento. E ele tira... Ranton! 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 A vitória parece bem encaminhada, Caio! Encaminhada, se derrubida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Perdió. Vai pintando uma boa jogada por aqui. A marcação chegou junto e tocou a bola pela linha de lado. E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Buscou os companheiros na área. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Passe ruim. Interceptação no... Fim de primeiro. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando. Ótima leitura de jogo da defesa. Rodrigues. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Herdin. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. E o ataque acabou nem levando perigo. E eles perdem a bola. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Rodrigues. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Rodrigues. Desarme limpo dentro da área. 15 minutos jogados. Passou pelas águas. Passe mal. Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. E vem substituição, hein? Lá vem a bola para dentro da... Edding. Edding. Gool! É lógico que o escanteio foi bem cobrado, mas a defesa falhou. Ah, mas a defesa falhou. A marcação não funcionou no escanteio. E olha o replay do gol pintando na tela. Passe horrível. E entregou a bola de graça. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Don't. Sobrou visão de jogo. Queimou a largada. Aí ficou aí o impedimento. Acertou o bandeira. Mesmo com a vantagem no placar, o técnico viu alguma coisa para mudar. E vem substituição por aí. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. E ele jogou a bola para o mato. Vai testar o goleiro. Uma verdadeira barreira humana por ali. O técnico tenta corrigir o time. O placar não é bom. Atenção para a cobrança. Tira em cima da linha. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Aí se fosse torneio início, o time estava bem. Mais um escanteio. Saiu a cobrança do escanteio. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de décimo segundo jogador. E a torcida quando joga junto aumenta muito a confiança do atleta em campo. O Thiagão Freire se busca desse empate. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. E eles perdem a bola. Tentativa do gol. É, escanteio. Só me faltava sair um gol agora no final. E vem aí uma chance para jogar a bola na área. Escanteio. Escanteio para o meio da área. Vai para fora. Eu não acredito que essa bola não entrou. Estava perto do gol e bateu bem, com consciência. Eu também achei que fosse entrar. Passou muito perto. A arbitragem vai acrescentar três minutos ao tempo regulamentar. Dividida e a bola ficou livrinha ali. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Apareceu muito bem a defesa. Vai pintar o cruzamento. E acabou. Fim de partida por aqui. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war er. Er ist im Moment in der Zeitung, der Körbler ist. Er hat sich mit der Bedeutung. Er hat sich mit der Bedeutung. Er hat sich jetzt nicht mehr, Kai. Er hat sich sehr gut gemacht, nicht heute. Er hat sich mehr für den Bedeutung. Er hat sich auch. Nein. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Sai ver. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. É só cruzar. Desarme na bola, perto da linha lateral. Dá para criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Opa, eles já perderam a bola. Sacou. Está um monstro passando a bola hoje, não erra. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. O técnico perdeu a paciência e é todo mundo para frente. O time vai arriscar tudo agora. Vai na base do desespero. Pressão total. Apareceu muito bem a defesa. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Bateu. Explode na zaga. Sai ver. Arriscou. Na trave. Está em jogo. Aquela bola na trave foi uma chance boa demais para tirar o empate do placar. A decepção dos jogadores é natural. Tentativa do gol. E a bola sobrou fácil para o goleiro. E presentão para o adversário. Sacou. Boa defesa do goleiro. E vai estar em jogo. Pode acontecer. Não. Nein, Eren! Foi por muito pouquinho, a defesa apareceu no último instante. O técnico já conversa ali com alguém, o time visitante vai mexer. E vem jogador descansado por aí. Rodrigues. Chegamos à marca dos 40 minutos, faltam 5. Está livre ali na ponta para cruzar. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. O quarto árbitro indica 2 minutos de acréscimo. Não, não, cara. F***. F***. Das war's. 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 Das war's.